Wenn ja, ist es rausgekommen. Das überrascht mich. Es gab ja einen Brief. Das ist ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker. Und die Anteilnahme der Bundeskanzlerin, sicher auch der Mitglieder der Bundesregierung insgesamt, gehen an die Witwe, an die ganze Familie. Wie auch immer geartet, ein Beschluss erweiten. Ja, also...